You're glowing in the dark, you're glowing in the dark, glowing in the dark, I feel it in my heart Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog von mir. Heute ist Donnerstag und ich werde heute mit euch gemeinsam in mein viertes Semester starten. Ich finde es voll krass, dass es einfach schon das vierte ist. Mir kommt es irgendwie auf der einen Seite so vor, als ob ich gefühlt gestern erst angefangen habe mit dem Studium, auf der anderen Seite, wenn ich mich zurückerinnere an meinen ersten Unitag, dann ist der auch schon eine Weile her. Der Plan für heute sieht so aus, dass ich mir jetzt erstmal mit euch zusammen ein Modul raussuche, womit ich jetzt das vierte Semester starte, weil tatsächlich habe ich mir das jetzt noch gar nicht so angeguckt und wie ihr ja wisst, kann ich mir die Module immer selber legen und selber aussuchen, in welche Reihenfolge ich die mache. Dann steht heute noch Oberkörpertraining auf dem Plan, da werde ich euch auch mal wieder mitnehmen. Heute Nachmittag habe ich dann noch ein Meeting mit meinem Management und mit ein paar anderen Meals aus dem Management, also ein paar anderen Creatorinnen, die ihr wahrscheinlich auch kennt. Und wir werden da ein bisschen was zu einer Kooperation besprechen, die wir eben alle haben. Dann müssen wir mal gucken, ob es es heute noch schaffen, einkaufen zu gehen, weil eigentlich wäre das heute auch mal wieder dran. Und heute Abend treffe ich mich mit einer Freundin und werde auf dem Weg noch ein Paket abholen, was irgendwie komplett am anderen Ende der Stadt abgeliefert wurde, weil ich gestern, und das ist auch richtig dumm von mir gewesen, nicht die Tür aufgemacht habe, weil ich gerade Zähne geputzt habe und ich hatte halt irgendwie keinen Bock, es auszuspülen und so. Und dann habe ich halt gedacht, ja komm, die geben es eh beim Nachbarn ab, aber nee, Pustelkuchen, das ist komplett woanders gelandet. Naja, gut, aber da habe ich jetzt den Salat und muss es jetzt dann eben abholen. Ich habe jetzt gerade mal meinen Semesterplan aufgemacht und geguckt, wo wir hier eigentlich gerade stehen. Also nicht wundern, diese Zeit nicht hier, das haut alles nicht mehr so ganz hin. Den Semesterplan habe ich ja ganz am Anfang des Studiums geschrieben und habe gedacht, dass ich das alles so konkret planen kann, aber das funktioniert natürlich nicht. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt auch die Schreibwerkstatt geschafft. Ich habe Bild- und Videobearbeitung geschafft und Podcastproduktion, also eigentlich auch schon ein Modul aus dem vierten Semester. Das heißt, ich habe eigentlich jetzt nur fünf Module für das Semester, habe ich hier vorgearbeitet, das war mir jetzt gar nicht bewusst, aber cool, genau so. Dann haben wir jetzt im vierten Semester entweder Content Marketing, da würde ich eine Fallstudie schreiben, ich zoome mal ein bisschen ran, oder Social Media Commerce, Social Ads oder Social Media Monitoring. Das wären Klausurmodule, aber ich glaube, die will ich jetzt nicht vor Weihnachten machen. Agiles Projektmanagement wäre ein Projektbericht, das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ja, genau, Podcastproduktion habe ich ja schon. Ja, ich muss sagen, mir sagt Content Marketing am ehesten zu, deswegen werde ich mir das jetzt mal buchen. Okay, wir haben hier Content Marketing und dann kann es losgehen und den Kurs starten. Und bei schriftlichen Arbeiten mache ich es dann immer so, dass ich erst mal die Aufgabenstellung einmal gründlich durchlese, also das ist ja jetzt hier wieder eine Fallstudie, dann tatsächlich aber die letzte in meinem Studium, wenn ich das richtig sehe, ja, also außer diese Wahlpflichtmodule sind dann noch mal frei studieren. Aber ja, dann habe ich ja auch so genüge Fallstudien gemacht in diesem Studium. Genau, das sind eben wieder drei Aufgabenstellungen, aus denen man wählen kann und da schaue ich mir jetzt einfach an, welche mir da grundsätzlich wahrscheinlich erst mal am besten passen würde und markiere mir einfach das Wichtigste. Ich habe jetzt die Aufgabenstellung komplett durchgelesen und schwanke zwischen zwei Auswahlmöglichkeiten, nämlich einmal entwickle eine Content Marketing Strategie für XY und einmal analysiere eine Content Marketing Strategie. Das Ding ist, ich glaube halt, die Analyse ist einfacher, aber ich habe mehr Bock auf dieses Entwickeln, weil das ist ja auch so ein bisschen das, was ich quasi auf meinen eigenen Kanälen so ein bisschen schon versuche zu machen. Und ja, ich glaube, deswegen wird es wahrscheinlich doch eher das entwickeln, weil mir das halt auf weite Sicht mehr bringt und ich da, wie gesagt, mehr Bock drauf habe. Also ich versuche halt immer das zu wählen, worauf ich am meisten Bock habe, weil ja, sonst hält man das vielleicht auch nicht durch, da die ganze Zeit so dran zu arbeiten. Also wenn ich jetzt eine Aufgabenstellung wählen würde, die vielleicht einfach ist, aber die, also wo ich einfach nicht so Lust drauf habe, da fällt es mir natürlich dann auch schwerer, mich dafür die ganze Zeit zu motivieren. So, jetzt schaue ich mir erst mal noch das Skript an, mit was haben wir es denn hier zu tun? Ich gucke immer erst mal, wie viele Seiten das Skript hat, um mich so mental darauf einzustimmen. Aber das sieht doch ganz gut aus. Das sind 112 Seiten ungefähr, also das ist ein kürzeres Skript. Es gibt auch noch kürzere Skripte, aber viele Skripte haben sogar so 150 A4 Seiten, deswegen, ja, passt es doch. Und es sind fünf Lektionen. Ich versuche halt immer, wenn ich Skripte bearbeite, an einem Tag eine Lektion zu machen, je nachdem, wie lang oder kurz sie sind. Aber ich denke, fünf Lektionen auf 112 Seiten ist dann eine angemessene Länge, um eine Lektion an einem Tag zu machen. Das heißt, ich werde jetzt erst mal die Lektion 1 lesen und markieren und dann später zusammenfassen. So why don't you come over? So why don't you come over? Ich habe jetzt die erste Lektion komplett durchgelesen und markiert und mir jetzt erstmal Frühstück gemacht. Das ist wieder mein Lebkuchenporridge, was ich auch schon in meiner Morgenroutine mit euch zusammen gemacht habe. Also aus Basis sind das Haferflocken und gehackte Mandeln, ein bisschen Eiweißpulver dazu für etwas mehr Protein. Und da habe ich hier eine Birne aufgeschnitten, dann ist da noch so ein Lebkuchen draufgebröselt und dann habe ich noch Schoko-Ettosmus rüber gemacht und das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken. Danach habe ich dann direkt die Zusammenfassung von Lektion 1 erstellt. Das mache ich ja nach wie vor am iPad in der App GoodNotes und habe mir dort auch diesen Splitscreen-Modus aktiviert, sodass ich schön auf der linken Seite das Skript geöffnet habe mit den markierten Passagen und auf der rechten Seite eben ein leeres Dokument, wo ich dann die Zusammenfassung abschreibe. Zu diesem ganzen Lernblatt-Erstellungsprozess habe ich auch vor einiger Zeit schon mal ein separates Video gemacht. Das kann ich euch super gerne mal in der Infobox verlinken. Da könnt ihr euch das dort nochmal so ein bisschen detaillierter anschauen. Und zu dem theoretischen Prozess hinter einer Zusammenfassung habe ich auch noch ein Video geplant in der Zukunft, in dem ich euch eben genau erklären möchte, warum ich was markiere, beziehungsweise wie ich auch abschätze, was jetzt wichtig ist und was in die Zusammenfassung rein muss und was eben nicht. Und ja, wie gesagt, das kommt dann demnächst online. Ich sage euch dann aber auch nochmal Bescheid. Ich habe jetzt die Zusammenfassung von der ersten Lektion komplett fertig gemacht. Das Ganze hat jetzt ein bisschen was über eine Stunde gedauert und ist ein bisschen mehr als eine Appierseite geworden. Also hier unten geht dann das zweite Blatt schon los. Das Ganze habe ich wie immer in GoodNotes gemacht und mich von den Farben her an dieser Darstellung hier orientiert. Also mit diesem Grün, Blau, Lila und Orange als Farbschema gearbeitet. Und ja, ich finde, es ist sehr hübsch geworden. Ich habe irgendwie voll lange keine Zusammenfassung mehr geschrieben, fällt mir auf. Dann war ich beim Training. Also ich habe an dem Tag Oberkörper trainiert und euch da auch so ein bisschen mal wieder mitgenommen. Und zwar starte ich jedes Oberkörper-Training immer mit 10 Minuten Warm-Up auf dem Ruder-Erbometer. Einfach, dass man wirklich auch den Oberkörper warm bekommt. Und meine erste richtigen Übungen waren dann Latte-Züge. Die mache ich immer im Untergriff. Also ich greife quasi so, dass meine Handflächen zu meinem Gesicht zeigen. Normalerweise greifen mir viele eher andersrum. Aber ich finde, in diesem Untergriff kann man einfach nochmal viel tiefer ziehen und spürt die Übung dementsprechend auch viel besser im Rücken. Übrigens mache ich von jeder Übung vier Sätze, also vier Durchgänge und immer 10 bis 12 Wiederholungen. Und stelle mir dann auch so viel Gewicht ein, dass ich gerade so 10 bis 12 Wiederholungen schaffe. Als nächstes war ich dann an dieser Overhead-Press-Maschine. Ich muss sagen, dass ich die eigentlich nicht so gerne benutze, weil ich finde, dass sie einen komischen Bewegungsradius hat. Aber an dem Tag waren leider so viele Geräte im Fitnessstudio besetzt, dass ich gar nicht so viele Möglichkeiten hatte. Meine dritte Übung war dann horizontale Sodern am Kabelturm. Diese Übung mag ich super gerne oder generell so Zugübungen am Kabelturm mag ich super gerne. Als letztes war ich an dieser Bankdrückmaschine und habe quasi Bankdrücken gemacht. Ich muss sagen, dass ich richtiges Bankdrücken nicht so gerne mag bzw. auch alleine gar nicht mache, weil ich einfach Angst habe, mir die Stange auf den Kopf zu hauen. An dieser Maschine kann das eben aber nicht passieren, weil die Maschine ja einrastet. Also diese Griffe sind ja geführt und jeder Arm muss auch quasi für sich alleine drücken. Also diese Stange ist in der Mitte nicht zusammen. Das finde ich auch immer sehr gut. Schatz, die Leute wollten dich wieder ein bisschen mehr auf dem Blog sehen. Hallo, jetzt bin ich im Blog zu sehen. Ich schmiere gerade Käsetoast, weil Käsetoast makes pain go away. Mittagessen für die Gewinner, ne? Käsetoast. Käsetoast ist das Wahre. Ich habe mich jetzt fertig gemacht und habe es auch gleich um 15 Uhr das Meeting mit meinem Management. Ein paar Mädels aus dem Management. Also ich glaube Vanessa ist dabei, Katja ist dabei und ich glaube auch noch ein paar andere Mädels. Und mir ist einfach vorhin was richtig Blödes passiert. Also ich habe mich einfach gestern schon mit so einem Nagelhautentferner so am Daumen einfach geschnitten. Und das, ihr kennt das vielleicht, das tut immer richtig unangenehm weh, wenn das so nah an der Nagelhaut ist. Also so zwischen Nagelhaut und Nagel. Und jetzt habe ich mich heute wirklich vorhin genau an dem gleichen Finger nochmal geschnitten. Und zwar habe ich hier so einen Rasierhugel und ich wollte halt diese Klinge da wechseln. Und ich habe mich einfach voll, bis die voll in den Finger reingewäbelt. Und das Ding ist, ich kann halt nicht so gut Blut sehen. Ich habe erst mal so instant mir so ein Stück Klopapier genommen und das da so drauf gedrückt, damit das halt nicht blutet. Damit ich ja nicht irgendwie umfalle oder so. Robin war nämlich gerade im Meeting in der Zeit. Aber jetzt ist alles gut. Jetzt habe ich einfach eine Pflaster drauf. Und ja, jetzt kann es dann gleich losgehen mit dem Meeting. Ich bin mal sehr gespannt, was wir heute besprechen. Ich bin mal sehr gespannt, was wir heute besprechen. Everything works when I'm with you, us too. So Freunde, das Meeting ist vorbei. Es war tatsächlich sehr aufschlussreich, weil zu dieser Kooperation, die wir eben alle haben mit dem gleichen Kooperationspartner, da auch noch so einige Fragen offen waren, die ich ehrlich gesagt auch noch nicht wusste, dass ich sie hatte. Deswegen war es gut, dass die anderen Mädels die gestellt hatten. Und jetzt hat mir gerade noch ein Nachbar ein Paket vorbeigebracht, was ich bestellt hatte. Und zwar ist das einfach ein neuer Bademantel. Ich hatte nämlich meinen alten Bademantel mal ausrangiert, den ich ja von früher nach hatte. Die Leute, die mir noch länger verfolgen, kennen vielleicht diesen alten Bademantel noch aus meinen ersten Uni-Vlogs. Ja, aber der hat dann irgendwann auch schon nicht mehr gut gerochen nach dem Waschen. Und jetzt habe ich mir einfach so einen richtig nicen Baumwoll-Hotel, also so Spa-Hotel, Bademantel geholt. Ich bin mal sehr gespannt, wie der sich so trägt. Okay, sieht auf jeden Fall sehr luxuriös aus. Also könnte auch aus so einem Spa-Hotel mitgenommen sein, oder? Also ich schwöre, er ist gekauft, aber könnte auch. Ja, ich hau den jetzt dann gleich mal in die Wäsche und dann kann ich den demnächst auch tragen. Und ich habe auch noch was anderes bei Amazon bestellt gehabt, wo ich jetzt irgendwie drauf warte und auch nicht so richtig weiß, wo ich das herbekommen soll. Nämlich ein Parfüm-Dupe von diesem Duft Baccarat Rouge, weil ich den tatsächlich seit diesem Sommer einfach gesucht habe. Also diesen, das ist ja so ein krass gehypte, aber auch krass teurer Duft. Und ich wusste aber einfach nicht, wie der heißt. Und ich habe den überall gerochen. Ich habe den in der Türkei, in dem Hotel an ganz vielen Leuten gerochen. Ich habe den in Dubai gerochen und jetzt halt auch hier in Deutschland an ganz vielen Leuten. Und ich dachte immer so, was ist das für ein Duft? Und letztens hatte den tatsächlich eine Freundin von mir drauf, sodass ich halt mal fragen konnte. Weil ich muss halt sagen, ich bin jetzt nicht so der Typ, der zu Leuten hingeht und so sagt, ah, sie riechen gut, was haben sie da für einen Duft drauf? Aber ja, sie konnte mir das dann halt sagen und dann habe ich das so gegoogelt und ich war so, okay, ich bezahle erstmal nicht 300 Euro für einen Duft, sondern ich hole mir erstmal einen Duft davon. Das Ding ist jetzt, worauf ich hinaus wollte, der ist an sich schon da, aber es steht einfach da, er ist bei einem Hausbewohner übergeben worden. Aber es stand halt nicht da, bei welchem Hausbewohner. Und ich kann jetzt auch nicht bei allen klingeln, habe auch keinen Zettel im Briefkasten gehabt und jetzt muss ich irgendwie warten, bis entweder die Person, bei der es abgegeben wurde, von selber zu mir kommt oder bis ich dann vielleicht auch noch einen Zettel in den Briefkasten bekomme, bevor ich halt, ja, dieses Parfüm testen kann. Richtig nervig, aber ja, muss ich jetzt damit leben. Also Freunde, ich werde mich jetzt nochmal an den Laptop setzen und so ein paar Bilder von gestern anschauen. Ich war nämlich gestern wieder als Fotografin unterwegs. Einige von euch wissen das vielleicht, aber ich fotografiere auch hin und wieder mal. Und gestern habe ich ein Homeshooting mit der lieben Jenny in Berlin gemacht. Das war tatsächlich nicht in ihrem Zuhause, sondern in einer anderen Altbauwohnung in Berlin. Und das war eigentlich total crazy, weil ich wusste das vorher gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Aber es gibt wohl ein Portal, wo Menschen ihre Wohnung zeitweise als Shooting Location vermieten. Also gerade Leute, die jetzt eh nicht so oft zu Hause sind. Und ich fand das auf der einen Seite cool, weil für die Menschen ist das halt bestimmt voll die easy Möglichkeit, nebenbei noch so ein bisschen was dazu zu verdienen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich das irgendwie nicht machen würde. Also einfach meine Wohnung für ein paar Stunden quasi fremden Leuten zu überlassen. I don't know. Aber es war eine sehr, sehr schöne Wohnung und wir haben auch richtig viele schöne Bilder machen können. Und ich hatte auch jetzt schon einige rumgeschickt und Jenny hatte tatsächlich auch schon eins davon als Profilbild genommen. Und das ist immer irgendwie so für Fotografen die größte Ehre, wenn man dann sieht, dass die Kunden direkt diese Bilder auch verwenden und offensichtlich dann ja cool finden. Ich meine, Profilbild ist ja auch nochmal so eine Nummer krasser. Da müssen die Leute schon wirklich begeistert sein. Ich werde jetzt auf jeden Fall diese ganzen Bilder einmal durchschauen und selektieren und dann vielleicht auch schon anfangen zu bearbeiten. Es ist jetzt kurz vor 17 Uhr. Ich bin ja dann um 19 Uhr verabredet, muss aber dann ein bisschen früher los, weil ich eben noch mein Päckchen von dieser Paketstation abholen wollte, was gestern dahin geliefert wurde, was ich euch heute Morgen erzählt hatte. Genau, übrigens, wir wollten ja eigentlich heute noch einkaufen gehen, Robin und ich. Allerdings hängt Robin jetzt gerade noch in Meetings fest. Das heißt, es wird jetzt wahrscheinlich heute erstmal nichts, aber ja, können wir dann einfach morgen nachholen. Und ich muss sagen, ich habe jetzt sowieso erstmal mehr Bock, diese Bilder zu bearbeiten. Also, ich muss sagen, ich habe jetzt noch mal ein paar Jahre alt sind. Ich zeige euch mal die Bilder, für die ich mich jetzt von Jenny entschieden habe. Also ich mache immer so Dreier rein, deswegen sind es jetzt auch nur drei Bilder. Hier haben wir einmal das, da hatte sie so Schleierkraut mitgebracht, das fand ich richtig schön und hier habe ich auch so Schleierkraut, also in diesem Bereich, so ein bisschen vor das Objektiv gehalten, damit man hier nochmal so einen schönen hellen Schimmer auch vor dem Bild hat. Dann dieses Bild, das finde ich auch sehr schön, passt auch schon so ein bisschen irgendwie zur Weihnachtszeit. Hier im Vordergrund waren da so Kerzen und im Hintergrund hatten wir so eine Pflanze, die es dort aus der Wohnung einfach gab, mit so einer Lichterkette angemacht, damit wir hier einfach so ein schönes Bouquet haben. Und das ist das dritte Bild, da war einfach so ein schöner Boho-Style-Hocker dort am Fenster und da hatte sie sich mit einem Kaffee so reingesetzt und ich finde, das Bild sieht einfach sehr schön dreamy aus. Also sie hat auch selber so einen Account zum Thema Mindfulness, deswegen sind auch die Bilder alle so in die Richtung gegangen. Tatsächlich hat jetzt gerade meine Nachbarin geklingelt, also meine direkte Nachbarin und mir das Parfüm vorbeigebracht, also perfekt, dann habe ich es jetzt. Das heißt I am White Rouge von La Taffa. Ich packe es erstmal aus und rieche das erstmal und wenn das nice ist, kann ich es euch ja gerne verlinken. Wie gesagt, es ist halt so ein Dupe von Amazon und das hatten mir auch Zuschauer empfohlen, also auf Instagram in den DMs. Okay, dieser Flacon ist auf jeden Fall schon sehr an das Baccarat Rouge Parfüm angelehnt, sage ich mal. Und wir sprühen es jetzt erstmal hier rein. Okay, jetzt bin ich aber gespannt. Nein! Oh mein Gott, das riecht wirklich ganz genauso. Ich werde den Duft auf jeden Fall dann mal aufsprühen und heute Abend auch tragen und dann einfach mal schauen, wie lange das Ganze so hält. Weil das ist tatsächlich immer so ein bisschen die Frage bei diesen Duftimitaten oder Duftzwillingen, ob die dann wirklich auch halten. Ich kenne das nämlich schon so ein bisschen aus der Türkei, also da hatten wir früher auch manchmal so diese Original-Düfte mitgebracht vom Bazaar und die halten dann halt meistens nur irgendwie so eine halbe Stunde. Und dann sind die verflogen, aber mir hatten tatsächlich auch die Zuschauer, die mir das empfohlen haben, gesagt, dass der genau so lange hält. Deswegen bin ich ernst gespannt und kann euch, wie gesagt, dann Feedback geben. Ich war ja dann an dem Abend noch mit einer Freundin zum Essen verabredet und wir sind in ein griechisches Restaurant gegangen. So sah es so drin aus. Ich fand die Anrichtung irgendwie sehr gemütlich und richtig schön traditionell. Und ich habe eigentlich wie immer im griechischen Restaurant Souvlaki mit Knoblauch, Kartoffeln und Saziki gegessen. War auf jeden Fall sehr, sehr lecker. So Freunde, ich bin wieder zu Hause. Wir hatten jetzt echt so einen schönen Abend und richtig lecker gegessen. Und ich habe es auch geschafft, mein Paket noch so mit abzuholen, also das zu verbinden. Allerdings hätte ich das vielleicht nicht verbinden sollen. Das Ding ist, ich wusste nicht mehr, wie viel ich eigentlich bestellt hatte. Also ich habe nicht im Kopf gehabt, dass das halt nicht nur so ein kleines Päckchen sein wird, sondern halt ungelogen so ein Paket gewesen ist. Und ich dann das so genommen habe. Okay, und damit dann halt zum Restaurant gegangen bin. Das war nicht so praktisch, aber immerhin habe ich es jetzt halt schon da. Und Leute, wisst ihr, was ich auch richtig toll fand? Und in Potsdam wurden jetzt einfach schon in dieser Brandenburger Straße, also dort, wo dann eben auch der Weihnachtsmarkt stattfindet oder einer der Weihnachtsmärkte, die Buden aufgebaut. Also da ist jetzt noch nichts drin, aber sie wurden schon mal aufgebaut. Und das hat mich irgendwie richtig happy gemacht. Also ich habe das so gesehen und dachte mir so, oh schön, bald geht es wieder los. Weil das Ding ist, dieser Potsdamer Weihnachtsmarkt ist so unfassbar schön, aber der hat halt die letzten zwei Jahre natürlich nicht stattgefunden. Und letztes Jahr wurde er sogar aufgebaut. Und ich glaube, der hat dann auch zwei oder drei Tage, hat der Betrieb gehabt, aber dann musste er wieder geschlossen werden. Und ja, ich freue mich einfach übertrieben, dass es jetzt dieses Jahr hoffentlich dann endlich mal wieder losgehen kann. Und freue mich dann auch, den ersten Glühwein oder so des Jahres dann zu trinken. Das stand dann nämlich auch schon so an dem Boden drauf. Ja, hier gibt es dann, hier wird es dann Hulunder Glühwein geben und dort wird es dann Langosch geben. Und ich freue mich einfach, ich bin so gehypt auf die Weihnachtstisen dieses Jahres, glaubt ihr gar nicht. Achso, und noch ein kleines Update zu diesem Duftzwilling, weil ich den gerade die ganze Zeit rieche, weil ich hier mit meinen Armen rumfuchtle und mir Düfte immer auf Pullover oder generell Textilien sprühe, weil ich finde, dass die dann nochmal länger halten. Dementsprechend, ich rieche ihn noch. Also der ist auf jeden Fall noch genauso intensiv wie vor ein paar Stunden, als ich den draufgesprüht habe. Gut, ich habe den jetzt natürlich auch noch nicht den ganzen Tag getragen oder so, aber ich denke schon, dass er jetzt auch noch relativ lange auf diesem Pullover halten wird. Weil normalerweise kenne ich das jetzt so von so Duftzwillingen, dass sie dann mit der Zeit auf einmal auch so komplett anders riechen. Also dass quasi dieser Duft, den sie imitieren wollen, nur wie so eine kleine Schicht, die dann weg ist und dann riecht es halt auf einmal komplett wie ein anderer Duft. Aber ja, das scheint auf jeden Fall nicht der Fall zu sein. Ja, ich werde ja jetzt quasi noch, also es vergeht ja noch einen Moment zwischen jetzt und wenn das Video online kommt und wenn ich bis dahin überzeugt bin, dann verlinke ich euch den einfach mal in der Infobox. Und ja, ich werde mich jetzt gleich fertig machen. Dementsprechend auch den Vlog an der Stelle beenden. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen, mal wieder bei einem Day in my Life dabei zu sein. Abonniert super gerne meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, wenn ihr weitere solche Videos nicht verpassen wollt. Also ich vlogge eigentlich relativ häufig und solche Vlogs wie den heutigen findet ihr relativ häufig bei mir auf dem Kanal. Und ja, dann wünsche ich euch wie immer noch eine wundervolle Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder und bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.